Die türkise ÖVP, auch bekannt als die türkise Familie mit ihrem Oberhaupt, dem großen Sebastian Kurz, kommt ja förmlich aus den Skandalen seit vielen, vielen Monaten nicht mehr heraus. Da muss man sich schon fast überlegen, ob man die Partei nicht umbenennen möchte in ÖSP, österreichische Skandalpartei. Und ich muss sagen, ich persönlich bin ja nicht mehr überrascht. Und ich glaube, es geht den meisten Österreichern in diesem Land genau gleich, wahrscheinlich auch international. Ist das etwas, das halt gut in das Sittenbild hineinpasst, was jetzt wieder aufgetaucht ist. Und an der Stelle kann man ja der Digitalisierung, dieser massiven Digitalisierung so kritisch gegenüberstehen, wie man möchte. Aber diese Chats, die haben dann ja schon etwas sehr Positives gehabt. Denn dadurch hat jetzt jeder einmal hier einen Einblick, wie eigentlich Postenschacherei und Manipulation und die Machtkämpfe und Machtmissbrauch in der Politik vonstatten gehen. Es geht ja um die riesengroßen Hausdurchsuchungen und Razzien im Umfeld der ÖVP und bei der ÖVP selbst. Und ich möchte an dieser Stelle gar nicht näher darauf eingehen. Die meisten wissen eh schon Bescheid, was passiert ist und was für ein Verdacht im Raum steht, weil ja die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft jetzt hier wieder ermittelt. Natürlich wieder unter dem Beschuss der ÖVP steht, weil die ÖVP natürlich den Rechtsstaat ganz hoch hält. Und die unabhängige Justiz, die finden das ganz toll. Aber was ich so interessant finde, und das muss man ja eigentlich schon unweigerlich zugeben, Sebastian Kurz ist ja wirklich ein Politgenie. Also das muss man ihm lassen für seine jungen Jahre, wenn sich das alles so bewahrheitet oder auch nur in diese Richtung geht, wie jetzt angedeutet. Und das zieht sich ja durch alle Chats und durch alle Skandale der letzten Monate der ÖVP durch. Da muss man jetzt wirklich, ungeachtet dessen, dass natürlich manche das als, und das würde ich natürlich mir niemals anmaßen zu sagen, dass manche das als Schweinerei bezeichnen würden, muss man sagen, gut gemacht. Also dieser Mann, Sebastian Kurz, der hat es perfektioniert, wie es funktioniert in der politischen Landschaft. Einen derartigen Aufstieg, ja, vermeintlich, und es gilt natürlich, wie immer die Unschuldsvermutung, das muss man natürlich dazu sagen, vermeintlich mit einer Art Putsch, ja, und gefälschten Umfragen, sich selbst an die Spitze der eigenen Partei und dann im Endeffekt an die Spitze des Staates zu stellen und dann so lange an der Spitze des Staates zu bleiben, trotz so vieler Skandale, das muss man erst einmal schaffen. Also rein politstrategisch, muss ich schon sagen, nicht schlecht gemacht, ja. Natürlich menschlich, moralisch, ethisch komplett verwerflich und einer Demokratie absolut nicht würdig und so etwas hat in der Politik nichts verloren, gar keine Frage, aber es hat funktioniert, wir dürfen das nie vergessen, es hat funktioniert und er sitzt immer noch an der Spitze dieses Staates und er trifft immer noch die Entscheidungen. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Und ja, wir wissen, unser Bundespräsident hat sich jetzt zu Wort gemeldet, zum ersten Mal nach so langer Zeit, ich habe mich eh schon gefragt, wie lange braucht das eigentlich, bis der einmal aufwacht, aber um ganz ehrlich zu sein, bin ich mir nicht so sicher, ob die Gespräche, die ich jetzt mit den Parteien führen möchte, ob die zu irgendetwas führen. Ja, es sind auf jeden Fall extrem spannende Zeiten und wie gesagt, es ist einfach extrem interessant, dass man trotz all dieses Irrsinns, den man ganz öffentlich aufgeführt hat, es gibt ja diese Chats, die kann ja jeder nachlesen, obwohl die Staatsanwaltschaft ermittelt, obwohl er ganz ungeachtet dessen, ob er Korruption begangen hat oder nicht, dieses Land komplett gespalten hat, gegen die Wand gefahren hat, ungeachtet all dieser Umstände sitzt er eben immer noch auf dem Thron, das gilt natürlich immer die Unschuldsvermutung, vermutlich sitzt er deswegen auch noch dort, weil er natürlich fest davon überzeugt ist, dass er ein reines Gewissen hat, eine reine, unbetuchte Seele und das zeigt natürlich schon, was für eine Art der Republik und demokratischen und rechtsstaatlichen Verhältnissen wir uns befinden, wenn man herumfuhrwerken kann, wie man möchte und sehr, sehr lange, und wir werden ja sehen, wie lange sich das noch hinausziehen wird, sehr, sehr lange keine Konsequenzen zu fürchten hat. So, ich habe jetzt keine Lust mehr, ich gehe jetzt zum Sport und mache das, was Sebastian Kurz eigentlich machen sollte, nämlich laufen, in seinem Fall Weglaufen. Abonniert den Kanal, teilt und liked das Video, kommentieren auch nicht vergessen, ganz wichtig, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder.